So, hi liebe Athleten, ich bin's heute mal wieder. Wir haben leider immer noch keine positiven Informationen für euch, zwecks Terminvereinbarung. Die Ämter, die wissen selber nicht mehr, was sie machen und wie sie die Beschlüsse der Bundesregierung zu deuten haben, deswegen müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Ihr hattet gestern Pause, letzte Woche hatten wir gar keine Burpees, also haben wir eigentlich keine Wahl, außer heute welche zu machen. Ich habe versucht, mir was Neues auszudenken. Ich hoffe, wir hatten es noch nicht. Ich von dir hier auch langsam einen Überblick, aber ich denke, ihr auch. Deswegen ist es nicht so schlimm. Folgendes. Inhocken, abhocken und jetzt anstelle von dem normalen Liegestütz Unterarmstütz und wieder hoch und ran. Und das gleiche wieder, andere Seite. Ja, also anderer Arm zuerst. Und wieder ran. So, davon könnt ihr ganz einfach je nach Leistungslevel fünf bis, ich sag mal, ruhig locker 20 Stück machen. Man hat immer ein bisschen Zeit, sich unten auszuhuhen durch den Wechsel in die Planke. Ja, davon fünf bis zehn Runden, wie immer. Viel Spaß. Bis morgen. Viel Spaß. Vielen Dank.